Hallo! Gehört das jemanden? Nehme ich es mal. Na, wen gehört mal dieses Schlüssel? Diese Schlüssel ist ja aber komisch. Fragen wir mal. Hallo? Hallo? Hündchen, gehört dieser Schlüssel vielleicht dir? Kann es mal sein? Egal, hebe mir das mal auf. Wenn es überhaupt mal gehört. Gucken wir das mal an. Egal, ich glaube, ich könnte es mal nutzen. Hündchen! Oh, wen gehört mal dieser Schlüssel? Also, nie gehört denn erst. Fragen wir mal diese alte Dame. Gehört das vielleicht Ihnen? Nein, das gehört mir gar nicht. Okay, liebe Dame, jetzt kann ich es nehmen. Aha, da gibt es einen Hund. Vielleicht sollte ich mal ihn fragen. Hündchen, gehört dieser Schlüssel dir? Wof, 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 wof. Oh, guck, also muss ich das nehmen. Und ich gucke mal. Oh, wer ist das hier? Oh, ein Schlüssel. Das ist ja merkwürdig. Aber, wen gehört nun dieser Schlüssel? Oh, nein. Der Flucht vom Wald. Das ist der Flucht vom Wald. Es ist spät. Viele Leute sind gestorben. Nein! Eine Oma, ein Opa und ein Kind. Und ich bin der Nächste. So, lieber Herr, wir haben den Schlüssel gefunden. Das ist der verfluchte Schlüssel. Gut so, dass ihr das gefunden habt. Ja, das ist der verfluchte Schlüssel. Ja, gut so, dass ihr das gemacht habt. Lieber Herr, das hat fünf Leute getötet. Ja, ich weiß das, lieber Herr. Ja, ich weiß das, lieber Herr. Außerdem, Leute, das ist Teil 2 plus ... Ähm, ich drehe hier gerade einen Film. Also Teil 1 ist schon YouTube und das ist der Teil 2. Und Teil 1, äh, der verfluchte, äh, der verfluchte Schlüssel 1. Und das ist der verfluchte Schlüssel Nummer 2. Und außerdem, ähm, ich drehe dieses Film ...